Achieved with CryEngine Damit begrüße ich euch zu Sniper Ghost Warrior Contract. Ja, das habe ich mir heute mal ganz nebenbei mal so gekauft. Das war nicht so teuer. Ich hatte das Bruch mal kurz angefangen, die erste paar Minuten um die Einstellung zu testen. Ich lasse alles zuerst mal so wie es ist. Und wir machen auf jeden Fall ein neues Spiel. Wir wissen, dass deine usualen Feen und sind mit den Kosten. In fact, wir haben mehrere Kontrakte für Sie zu machen. Alle sind in der newly formeden Siberian Republik. As you are aware, Siberia was once part of the Russian Federation. Which used Siberia's huge natural resources to bolster Russian economic success. But Siberia did not gain from this relationship. In fact, it was merely exploited and used. A political movement was established. The people for an independent Siberia. Even the regional governor, Mergui Kurchatov, was swept up in the wave. Joining the movement and cutting off Siberia from the Kremlin. The Siberian war of independence followed. Russia's armies contained many Siberians and defections were rife. The war was over quickly. Kurchatov became Siberia's first prime minister. Governing his new country with his family and friends. But, like many before them, Kurchatov and his allies hoarded this wealth. And ordinary Siberians were once again left wanting. Betrayed and angry, a militia formed, calling themselves the Siberian Wolves. And they declared war against their government. They attacked oil fields and stole state assets. Their leader, Nastya Surikova, has now become a hero to the people. And Kurchatov's nemesis. Our proposal comes with one requirement. You will need to wear a new high-tech mask we supply. It will facilitate direct communication between us. But there are other benefits for you, including combat enhancements. My designation will be Handler. Yours will be Seeker. I look forward to working with you. So, man hat zwar nicht alles verstanden. Aber der Typ zum Schluss mit der Maske sah ja wohl cool aus. Ich glaube, das bin ich wohl. Ja, machen wir das hier, ne? Das gleich das erste hier. So, Auftrag beginnen. Ähm, wir machen mal das einfache, weil ich... Ich kenne mich damit irgendwie noch nie aus. Grüß bei uns Seeker. Grüß mit dir, Seeker. Grüß, Sieker. You should have already received the mask. It is a highly advanced prototype, that enhances your capacity in the field, and syncs with your equipment. The mask allows you to upload contracts data to the client after each mission. Cool. Das sieht ja schon mal cool aus alles. Schade, dass es wieder alles so englisch ist. Aber ich denke mal das kriegen wir auch so hin. Ah, dieses Mal haben wir ihn in Fernglas. Und schneller wie er quatscht. Oha, hier scheint es ja nicht mit dem Punkt zu sein wie bei Schneidergross Feuer 3. Ich mach das mal das Winden bei. Check the distance and wind direction. Aim for a headshot. Good. You can move to the next one. It's easier to aim with your scope calibrated according to the target's distance. I've marked the distance for you. Set your scope elevation to 280. By calibrating your scope properly you won't have to manually adjust your aim up or down to compensate for the range. 7 meter pro Sekunde von rechts. Your aim was somewhat good. Hit formal. Practice makes perfect. Feel free to refill your ammo if you're empty. Ach du scheiße, auch noch bewegliche Ziele. Woah. Okay, wahrscheinlich muss ich die erstmal. Aha, okay. Aha. Okay. 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 Ich denke mal den langsam da. Den werde ich mir auf jeden Fall mal mitnehmen. 374. Ja, mach' ich. Oh shit, ich habe mich gemeldet. Oh shit. Jetzt konnte ich nicht sehen wo der hin ging. Ach nee, das war zu früh. Ach shit, ja mit beweglichen Zielen, machen wir den hier, was, ach so, hab viel zu hoch geschossen. Ach verdammte Kacke, scheiß drauf, will ich nicht. Ach quatsch. Ach nee, das war's. Das ist nicht so einfach. Ach, nein, das war's. 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 Das Ding. Macht er nicht. Drücke T. Habe ich doch gemacht. Guck mal, fängt das Modus H. Wie funktioniert das hier nicht mit H? Oder muss ich hier durch gucken? 159. 159. Höö, macht er nicht. Muss ich das verstehen? Na ja, egal, ich kann ja hier rausgehen jetzt. So, dann gucken wir mal, fangen wir mal hier unten an. Okay. Machen wir auch wieder. Das war's. 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 In Sieg und влиował круп烈성을 him itiner meiering Taiwan-Esqurtitel, Sieg erst. Na ja. Sieg erneuer solche Fire headache. Uh-�li- ét, der Russland Stahl nur tir' einer compromised ganzakte Statesk-Esperte. Sieg 22. Sieg 13. Sieg 2. Sieg 800. Die Beobachtung hat sich festgestellt, dass Ivanovski hat die Beobachtung über seine Beobachtung gemacht. Wir verstehen, dass Kurchatow planst, um die Beobachtung zu nutzen, um die Beobachtung zu verabschieden Siberien zu verabschieden. Die Beobachtung sind auf einem Encrypt-Military-Grade-Laptop gelegt. Findet die Package, hackt es und obtain die Beobachtung. Die Beobachtung müssen die Beobachtung beobacht werden. Infiltrate the main bunker and upload a virus to the mainframe. Find our informant if you can. We need to know if they're still alive. Above all else, find and terminate General Ivanovski and recover any samples of the weapon. Stay focused, Seeker. Yeah. Geile Animation mit der Maske eben. Okay, da muss ich voll erst mal hin. I'll update your map with coordinates related to your contracts. You can load it via your mask at any time. You can manually mark waypoints on your map. They'll be displayed directly on your masks HUD. Oh, das ist ja wie bei... Wie bei... Sniper Rosweiger 3. Oh, das war aber knappisch. Dead end. Use your mask scanner. It will mark potential passages on your masks HUD. Huh, looks like your gadget really works. Aha. Ups, das war ein Satz mit X. Also nochmal. So, drüben sind Sie, alles klar, das weiß ich ja, mit Zeh und gehackt. Äh, Marocka. Woah, there is no way I can jump that far down. Your suit is made from extremely durable, intelligent microfibers that also support your body's natural regeneration abilities. What's more, your mask sinks with your central nervous system, heavily enhancing your reflexes and coordination. Meaning... You will be fine. Ihnen wird's nichts geschehen. Aaaah. Oha. Hat aber... Doch ein bisschen Schaden genommen. Oh, cool gemacht mit dieser Maske und mit diesem Zeichen hier und drum so. Okay, absprechen. Okay, absprechen. Oh, okay. Oh, okay. Tänk! Bless dich. Other soldiers. Give me their positions. Over there! Please, don't. Dort drüben, alles klar Oh, da steht noch einer Achso, er hat mir doch alle... Ah, jetzt verstehe ich Wenn ich ihn verhöre Oh, oh Achso, da sind die da unten Oh, ich dachte schon Kacke Ach, ein Lockstein, okay Ja, ist auch glaube ich zu weit, ne? Hm Ne, das war jetzt keine gute Idee Hm, wie kann ich den jetzt herholen? Ja, das bringt nichts Da komme ich nicht runter Und das Scharfschutzengewehr habe ich noch nicht Hm, 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 hm Ich meine, ich könnte mir das Maschinengewehr hier nehmen Wo war das? Da Was wollte ich auch mal machen? Zur Sicherheit Steak Aha Okay Jetzt Wollen wir sehen, ob er hier herkommt Schade, dass ich nicht weiter nach links gucken kann Hm, die sind ja schon wieder weg Hm, die sind ja schon wieder weg 30 Schuss habe ich hier mit 30 Schuss habe ich hier mit Ich werde die jetzt so knallen Alle wegknallen 10 Schuss habe ich noch Steak Hanno komm, kann ich die nicht nehmen hier? Oh das ist ja doof. Oh 16 Kugeln habe ich gekriegt. Ok die Waffe kann ich nicht nehmen. Oh meinst du schaffst ich die weh? Gut dann habe ich hier alles. Copy that. 4, 5 Leute. Das ist sicher nicht. Das Ding hat doch bestimmt irgendwas zu sagen, vielleicht kann ich das ja auch. Ich probiere mal ob ich das wegschießen kann. 57 Meter. Ey ging es aber. Cool. Nehme ich jedenfalls an. Ah ok. Das hat bestimmt weh getan. So jetzt haben wir noch viel. 100 Meter. Ich glaube ich werde mal erst den nehmen. Oder wenn er hier drüben ist. Oh. Oh. ist das drin. Oh. 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 Seilrutsche? Ah, okay. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, okay. So, wir müssen noch schnell Munition holen. Was mit dem Schnee, das endet mich an Snipergoos Warrior 1. Warte, nee, zwei war das, ich glaube zwei war das. Da waren wir doch auch schon so im Schneegebiet. Schöne Schneestabgeräusche. Okay, da hätte ich drauf schießen können. Ach so, sehen die auf Filmmunition Dinge aus. Ach so, jetzt kann ich irgendwas wechseln. Ah, dann warte ich über diese drei Dinge. Bei dem anderen waren bloß eins. Schöne Schneestabgeräusche. Power down. Good. Die Fenze muss jetzt nicht schützend sein. Ich habe die Exfil-Lokation auf deinem Map. Proceder da und verleidt deine Daten. Exfil-Lokation wird auf deinem Mask-Tub vertreten, wenn du den Scanner benutzt hast. Copy. Vielleicht sollte ich von hier oben erstmal gucken. Höhe hochklettern. Was ist das? Auftragsort. Was ist das? Ah, ich glaube ich muss jetzt bloß noch rausziehen, oder? Ich glaube hier kommt gar nichts mehr. Cool. Gute Arbeit, Jäger. Ach, jetzt verstehe ich. Er sagte ja, die Maske lädt das immer gleich hoch zu diesen Satelliten und dann weg. Und deswegen muss ich wahrscheinlich in dieses Ding da rein. Und dann, ah, alles klar, alles klar. Ja, ich denke mal, wir sind jetzt bei knapp einer halben Stunde. Ich würde sagen, hat er gut geklappt. Ja, dann würde ich die Aufnahme jetzt beenden. Und ich weiß noch nicht, ob morgen eine kommt. In nächster Zeit werden meine Aufnahmen vielleicht ein bisschen unregelmäßiger kommen. Aber ich werde versuchen, dieses Spiel mit den Folgen komplett durchzuspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss.